So, dann wollen wir mal mit dem Ferrari 458 Italia, Schumachers Ferrari, dieses Rennen bestreiten. Ja, tiefer legen kann ich noch. Und, 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 ich glaube da wird es regnen, weil du da rein wechseln kannst, ja. Gut, wollen wir mal gucken. Einstellung, Fahrzeug. Rennart, nicht, dass wir hier mit Regen bleiben, weil das ja ein Spiel verändert. 97, 85, machen wir. 3,30 ist in Ordnung. Nur, lass mal den kleinen zu. LP weniger, 700, ok. Ja, ist in Ordnung. 7,22, ok. 7,20. Die Ries haben wir jetzt nicht gekauft. Aha. Gut, da müssen wir ins Gewicht reinhauen. Ja, ich weiß es ja nun, Mann. Gehen wir nicht auf den Eiern. Mann. Dann will die Scheiße aber weg. Aufgrund eines Regelverstoßkönnen ändert sich folgende Einstellung, um Reglement zu entsprechen. Junge, willst du mich verarschen? Warum macht das nicht zurück, das Arschloch? Ist der behindert oder was? Meine Fresse! Gremssteuerung ist drinnen. Das habe ich doch gar nicht montiert, Alter! Ganz normal rennen. Das reicht immer noch nicht, Junge. Ohne, ohne, wie fändst du das? Normal. 7x7 reicht immer noch nicht. Bremsscheiben. Uns reicht es, naja. Auspuff wünsche ich mich. Mach nur Flinte raus, brauchst du eh nicht. Oh, das ist freutbar. Schönes Licht hat er. Es gibt ja einen Ferrari. Ritter. Was ist denn mit ihm hier? Aber das ist gut. Ich glaube, nicht alles gut zu sehen. Bis zum anderen. Das ist eine Ewart. Ich glaube, nicht! Das ist gut. Das ist trotzdem mehr Hums. Das sieht cool aus, aber das sieht cool aus, der Ferrari. Das ist die letzte Wende, die wir ruhig machen heute, dann ist es bei der Hand. Die kriegen wir da vorne die Klapperkreppe an. Aber wenn Sie Reifen runtermachen müssen, irgendwas, Alter, wäre schon scheiße. Das ist okay, die ich glaube auch können. Das ist 3,80 hier, da war einer eigentlich. Da war mir doch so ein schöner Saal, da braucht kein Stolz. Ja, Alter. 3,60, cool. 11,12, auch cool. Das Auto schaut sich nach vorne. Ja, das liegt drin. Von Ferrari, aber scheiß doch, klar. Ja. 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 Zugekleben, siehst du jetzt raus, scheiße. Es soll noch ein Tor. Ein Auto. Wenn es echt bloß zuschein ist. Die abente. Katze? Du wirst? Es tut manch. Ich habe das. Die Stift. Das ist mein Kram. Das ist mein Kram. Ja, 58 da, ja, ah, süß, nein. Aber ich glaube, es geht gut. Ja, ne Million machst du schon, bitte. Alles zusammen abgeschlossen hast, und? 500.000 E in der Arzt im Moment. So, ein paar Minuten. Schlimme Fattung. Ja, ja, ja. Oh, wir sollten uns mit dem Gras-Organe reingeschlittern lassen. Die Christen ist in Ordnung. Oh. Wir sollten uns mit dem Gras-Organe reingeschlitter an. Ja, das ist wirklich ein Rast-Organe reingeschlitter. das ist nie zu dem spiel was nur scheiße das wenn sie sich echt spannend ist letzte müll ist ich werde euch gerade teilhaben lassen was es gibt für ein mist ich darf noch eine fixe runde bei karlow für die reinschauen weil ich auf arbeit muss deswegen noch mal gut ist das ist das ist das ist Die Strecke geht in den Bauch ab, Alter. Ich will doch gar nicht unterheben, Junge, ich habe doch gar keinen. Ich will die Aufdacht, um die Steilung zu geben. Ich will die Aufdacht, um das System zu geben. Ich will die Aufdacht. Freitag was. Ich hab das gar nicht, halbe Stunde, das ist nicht viel. Ich muss das ausziehen. Es ist fast noch Überrundung dabei. Ich muss das aufhören, habe ich wegfliegt. Ah ja. 208 GTP. Tut das jetzt auch. Ist eigentlich verkehrt. Aber für solche Autos. Gegen solche Autos zu fahren. Steuig was. Steuig was. Steuig was. Ich will runter, der Dinger. Steuig was. Ich weiß nicht. Das ist das. Ich weiß nicht. Geil! Der Sound ist sauber und lauflich. Er hat drei Städte, wie ich es gesagt habe, da gibt es wieder einen Rack. Aus oder hinaus? Es ist schon schwer. Es sieht ganz schön aus. Ich weiß nicht, dass die Uhr ist, aber warum die Uhr nicht ist. Platz machen, wie lange sie am Auge durch das Problem gemacht haben. Wenn ich vorbei ziehen kann. Aber ich kann die Schocks gehen. Die Dach habe ich noch. Das sind hier drei. Wie viele Runden sind das? Fünf Runden. Die mache ich noch und das ist gut, weil sonst würde ich es ja verschenken. Die mache ich noch und das ist gut, weil sonst würde ich es ja verschenken.